Ich habe jetzt die Creme für Neurodermitis gefunden. Die hilft bestimmt auch bei deinem Kind. Was? Dein Kind isst immer noch Nüsse? Kein Wunder, dass es Neurodermitis hat. Hast du diese Sätze schon mal gehört? Dann ist das Video genau für dich. In diesem Video geht es jetzt darum, wie wird die Neurodermitis denn besser? Was kannst du tun? Vorab schau dir auch gerne Teil 1 meiner Neurodermitis-Videos an. Hier erfährst du noch viele andere Dinge. Wir wollen mit einer optimalen Neurodermitis-Therapie dafür sorgen, dass es deinem Kind möglichst viel, möglichst gut geht. Heilen werden wir die Neurodermitis sehr wahrscheinlich nicht. Sie verwächst sich nach einiger Zeit häufig. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass alle Menschen, Heiler, Verkäufer etc., die behaupten, sie könnten die Neurodermitis komplett heilen, meistens nicht recht behalten. Neurodermitis-Therapie ist meistens anstrengend. Und würde es die eine Neurodermitis-Pille geben, die alles heilt, ja, dann hättest du bestimmt schon davon erfahren. Und ich auch. Therapie Punkt 1. Cremen. Cremen, 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 cremen. Das sage ich so häufig, weil dieser Punkt den größten Teil der Neurodermitis-Therapie bildet. Wenn du diesen Punkt verinnerlicht hast, dann bist du schon so viel weiter. Cremen ist deshalb so wichtig, weil es an der Wurzel des Ganzen ansetzt. Es stellt nämlich, zumindest kurzzeitig, die Barriere der Haut wieder her, die ja bei Neurodermitis gestört ist. Die Creme ist quasi der Mörtel zwischen den Mauersteinen unserer Hautmauer. Also viel und häufig und gut eincremen. Das ist wirklich das absolute A und O. Wird die Neurodermitis besser? Erstmal cremen. Ist sie wieder besser? Immer noch cremen. Wird sie wieder schlechter? Creme, cremen, cremen. Wird sie noch ein bisschen schlechter? Creme, cremen, 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 cremen. Das kann man wirklich nie genug sagen. Und jetzt sagen viele, naja, aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt die Haut immer ständig cremen müssen. Da muss es doch auch was anderes geben. Ja, es gibt auch andere Dinge, dazu komme ich noch. Aber deinem Großvater würdest du ja auch nicht einfach sein Blutdruckmedikament wegnehmen. Wenn man eine chronische Erkrankung hat, und das ist die Neurodermitis, dann braucht man auch seine Medikamente. Und in diesem Fall ist es die Basispflege, die Basistherapie. Aber womit cremst du denn jetzt? Wunderbare Frage. Auch hier vorab, es gibt nicht die Creme für alle Kinder mit Neurodermitis, die heilt. Auch hier, wer das verspricht, ist eher unseriös. Es gibt für jedes Kind eine andere Creme, die vielleicht helfen kann. Und auch für dein Kind selbst kann eine Creme, die heute funktioniert, übermorgen vielleicht schon nicht mehr ganz so gut funktionieren. Oder im Winter besser als im Sommer. Oder in zwei Jahren nicht mehr so gut wie jetzt. Um dir denn auch ein paar Hinweise zu geben. Wichtig ist, darauf zu achten, heißt das Ganze jetzt Lotion, Creme oder Salbe. In Lotion ist viel Feuchtigkeit, viel Wasser enthalten. In Creme ist so ein Mittelding und in Salbe ist besonders viel Fett. Das ist wichtig zu verstehen, dass auf sehr gerötete Stellen kein Fett sollte. Also keine Salbe, sondern eher möglichst wasserreiche Pflegeprodukte. Wenn die Haut jedoch sehr trocken und schuppend ist, dann können Salben gut helfen. Bei allem dazwischen ist eine Creme super. Also wenn irgendwas nicht ganz so gut funktioniert, kannst du mal gucken, schmierst du gerade etwas richtig Fettes auf rote Haut? Oder versuchst du eine trockene Haut mit einer Lotion zu pflegen? Allein hier kann man schon viel optimieren. Und es gilt auch nicht sparen beim Creme. Wirklich große Mengen verwenden, gut einmassieren und auch häufig am Tag. Wenn dein Kind gerade eine akute Neurodermitis hat, ist es teilweise vier, fünf, sechs Mal und noch häufiger notwendig, das Kind einzucremen. Ich weiß, es ist unglaublich anstrengend, sowohl für dich als auch für dein Kind, aber es ist und bleibt das A und O. Bei Kindern mit Neurodermitis unter zwölf Jahren kann auch euer Kinderarzt bestimmte Cremes verschreiben. Das sind leider nur sehr wenige, aber dann müsst ihr dafür wenigstens nicht selbst aufkommen. Das kann man zuerst einmal probieren. Wenn du jetzt in die Apotheke oder in den Drogeriemarkt gehst und selber dort Pflegeprodukte kaufst, würde ich immer raten, zu schauen, dass keine Parabene, Konservierungsstoffe und Duftstoffe enthalten sind. Es gibt auch bestimmte Allergikersiegel, auf die kann man achten. Dann, wie gesagt, es hilft nicht immer die Creme. Muss man manchmal auch ein bisschen ausprobieren. Es rät sich zum Beispiel im Halbseitenversuch einzucremen. Also zum Beispiel eine Woche lang hier die eine Creme, da die andere Creme. Achtung, nicht die Seiten vertauschen und dann nach einer Woche gucken, welche Seite war denn besser. Darüber hinaus kann man auch noch auf Feuchthaltefaktoren, also Moisturizer, in den Cremes achten. Das ist zum Beispiel Glycerin oder auch Orea. Bei letzterem Achtung, das sollte man bei kleinen Kindern, vor allem unter zwei Jahren, nicht verwenden, weil es brennen kann. Ich bin total Fan von Naturkosmetika, allerdings bei Kindern mit Neurodermitis wäre ich da sehr zurückhaltend. Die haben einfach ein hohes Potenzial, allergisch zu reagieren. Deshalb, ich würde bei deinem Kind mit Neurodermitis auf etwas anderes zurückgreifen. Dinge wie Wollwachs, Anika, Kamille und Achtung, Calendula können Kontaktallergien auslösen und darauf würde ich lieber verzichten. Auch ist pures Öl keine Hautpflege. Öl reinigt super gut die oberste Hautschicht, aber bitte kein reines Öl verwenden. Manchmal verschreiben Kinderärzte so eine Mischung aus Olivenöl und anderen Dingen. Das ist häufig sehr wirkungsvoll, aber kein pures Öl verwenden und vor allem kein pures Olivenöl. Das kann nämlich die Haut besonders reizen. Ich habe schon erwähnt, eine Regelmäßigkeit und eine hohe Frequenz von Creme ist wichtig. Deshalb würde ich euch raten, das Creme irgendwie in den Tagesablauf zu integrieren. Also zum Beispiel bei jedem Windel wechseln, Creme oder zumindest immer beim Formen oder nach dem Zähneputzen. Auch vielleicht dein Kind mit einbinden, wenn es schon groß genug ist, dass es selbst ein bisschen eincremen darf. Oder zumindest entscheidend, was zuerst eingecremt wird, man vielleicht mit der Creme etwas Lustiges auf den Arm malt oder ähnliches. Achte außerdem darauf, dass du eine gute Hygiene einhältst. Das heißt, am besten nicht mit dem Finger jedes Mal an die Tube gehen, sondern zum Beispiel mit einem Löffel die Creme abtragen von der Tube und dann mit dem Finger gut einmassieren. Davor natürlich immer gut die Hände waschen, weil sonst einfach auf Dauer irgendwann Bakterien in der Cremetube sein können. Und das ist für die Haut eines Neurodermitis-Kindes einfach nicht gut. Punkt 2 ist kurz und knackig. Versuche Provokationsfaktoren der Haut deines Kindes zu vermeiden. Also kratzige Kleidung oder starkes Schwitzen, Stress, Tabakrauch in der Umgebung und so weiter. Kortison ist toll. Warum sagt die Frau das jetzt? Kortison ist so toll, weil es deinem Kind wirklich hilft. Kortison ist stark entzündungshemmend. Wir hatten ja schon gelernt, die Haut bei Neurodermitis ist entzündet und deshalb auch so gerötet. Und meistens macht auch diese Entzündung den Juckreis. Das heißt, wenn du durch das Kortison die Entzündung aus der Haut nimmst, dann juckt die Haut auch weniger. Kortison ist unglaublich wichtig, um teilweise schwere Verläufe zu verhindern. Also, dass ein Schub der Neurodermitis schlimmer, schlimmer, schlimmer wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen dem Ganzen irgendwann an ein Ende setzen. Jetzt sagen manche, naja, aber es wird ja auch von selbst irgendwann besser. Ja, dieses irgendwann kann früher, aber auch später sein. Und bis es von selber wieder besser wird, leidet dein Kind. Nicht für alle Kinder ist dies notwendig, aber du kannst darauf vertrauen, wenn du mit deiner Kinderärztin, deinem Kinderarzt besprochen hast, dass jetzt ein Stadium erreicht ist, wo dein Kind, wo euch Kortison hilft, dann wird es eine gute Sache sein. Dies finde ich immer super wichtig im Hinterkopf zu behalten, um diesem Kortison auch wirklich einen positiven Aspekt zu geben und um dem Ganzen zum Teil sogar dankbar gegenüber zu treten, dass es so einen Wirkstoff gibt. Aber ich habe gehört, dass Kortison, das macht dick und das macht die Haut ganz dünn und überhaupt, das ist ja nur schlecht. Man muss ganz klar unterscheiden zwischen Kortisonpräparaten, die zum Beispiel geschluckt werden, also die systemisch eingenommen werden und Kortisonpräparaten, die auf die Haut aufgetragen werden. Das ist ein großer Unterschied. Bei diesen aktuellen, modernen, sehr wirksamen Kortisonpräparaten, die wir einsetzen, wissen wir, dass es heutzutage kaum noch zu Nebenwirkungen kommt, vor allem nicht, wenn man ein paar Regeln beachtet. Nämlich ist es natürlich wichtig, nicht riesige Bereiche des Körpers einzucremen oder dass man Stellen wie im Gesicht oder im Windelbereich entweder gar nicht mit Kortison behandelt oder nur sehr zurückhaltend oder dass man jetzt zum Beispiel nicht für Wochen täglich Kortison anwendet. Wenn man also diese Dinge beachtet und moderne Präparate verwendet, dann ist das Ganze eine sichere und vor allem sehr wirksame Sache. Meistens ist es so, dass Kortisoncremes erst täglich, meist abends, aufgetragen werden und dann mit einem bestimmten Schema oder so, wie es euer Arzt euch sagt, man ausschleicht. Manchmal besprecht ihr auch vielleicht mit eurer Ärztin, mit eurem Arzt, dass das Ganze proaktiv gemacht werden soll, also dass ein- bis zweimal die Woche zum Beispiel Kortisoncreme aufgetragen werden soll, auch in den Phasen, wo es deinem Kind gut geht, um zu verhindern, dass es einen erneuten Schub gibt. Auch antientzündlich wirken Cremes mit Calcineurin-Hämmern. Diese brauchen etwas länger als das Kortison, das sie wirken. Sie sind offiziell nicht für Kinder unter zwei Jahren zugelassen. In Ausnahmefällen macht man das manchmal trotzdem. Und sie können manchmal vor allem am Anfang brennen, wenn man sie auf die Haut aufträgt. Aber sie wirken sehr gut. Sie können teilweise Kortison einsparen, indem du weniger Kortisoncremes brauchst. Und sie sind vor allem gut für Hautstellen, an die wir keinen Kortison lassen wollen, wie zum Beispiel Augenglieder. Ob jetzt für dein Kind eher Kortisoncremes oder Calcineurin-Hämmercremes geeignet sind oder gegebenenfalls auch übergangsweise eine Mischung aus beidem, das musst und kannst du ganz individuell mit eurem Arzt besprechen. Punkt 4 betritt vor allem speziell so eher nässende, feuchte Hautstellen. Also ganz klassisch beim Baby die Halsfalten. Und hier kann man sehr gut mit Gerbstoffen arbeiten. Die gibt es entweder synthetisch hergestellt oder auch sind in Schwarztee enthalten. Achtung, bitte nicht aromatisierten Schwarztee verwenden. Oder man kann Präparate mit Zink verwenden. Das kennst du auch ganz klassisch schon von der Wundschutzpflege beim Windeln. Und Zink sorgt auch super dafür, dass diese feuchte Haut etwas positiv austrocknet und wirkt vor allem auch entzündungshemmend. Bei sowohl Gerbstoffen als auch Zink musst du darauf achten, das nicht zu lange zu machen. Denn irgendwann, wenn diese feuchte Phase vorbei ist, kann die Haut von diesen austrockneten Substanzen auch irgendwann zu trocken werden. Was die Kleidung betrifft, achte darauf, dass es möglichst leichte Stoffe sind. Also zum Beispiel Baumwolle, Seide, Lein. Das ist alles sehr dünn und vor allem sehr natürlich. Wolle kann die Haut stark reizen oder sehr synthetische Stoffe kann zu starkem Schwitzen führen, was die Haut auch schlechter macht. Außerdem kannst du Kleidungsstücke auf links drehen, damit die Nähte außen sind und nicht so kratzen. Und du kannst auch die Schilder innerhalb der Kleidungsstücke herausschneiden. Neue Kleidung würde ich vor dem ersten Tragen immer einmal waschen. Hierbei kannst du gerne ein Waschmittel verwenden, was für Allergiker geeignet ist. Es ist nicht notwendig, einen Hygieneweichspüler zu nutzen. Das ist für unsere Umwelt alles andere als gut. Und es ist nicht unbedingt notwendig. Natürlich ist weiche Kleidung oft etwas angenehmer auf der Haut, aber da könnt ihr bestimmt euer eigenes Ding finden, wie ihr das am besten hinbekommt. Es gibt Neurodermitis-Anzüge für die Nacht, da sind Silberfäden drin. Die sollen antimikrobiell wirken. Das kann man vor allem bei schwerer Neurodermitis mal ausprobieren, ist aber nichts, was zwingend notwendig ist und vor allem nichts, was immer unbedingt hilft. Was aber auf jeden Fall praktisch sein kann, ist für die Nacht so Baumwollhandschuhe anzuziehen, einfach damit dein Kind sich nicht so stark kratzen kann. Beim Waschen, Baden gilt weniger als mehr. Also auch reines Wasser reicht häufig schon, vor allem bei Babys. Wenn du Shampoo oder ähnliches kaufst, achte auch hier darauf, keine Duftstoffe, keine Konservierungsstoffe, vielleicht pH-neutrale Produkte oder Seifenfreie. Die sind am schonendsten für die Haut. Baden und Neurodermitis oder allgemein Wasser, das verbinden ja viele mit eher etwas Negativen. Tatsächlich kann es gut sein, auch an einem Tag, wo das Kind auch mal richtig schmutzig ist oder viel geschwitzt hat, die Haut vernünftig zu reinigen. Und bei manchen Kindern wirkt Baden auch beruhigend, sodass sie dann auch vielleicht besser schlafen können abends. Und natürlich, langes und vor allem heißes Duschen oder Baden ist nicht gut für die Haut. Darauf würde ich verzichten. Also möglichst, wenn du dein Kind badest, darauf achten, dass das Wasser nicht so heiß ist und dass es nur so fünf bis zehn Minuten badet. Duschen ist nochmal etwas schonender. Wichtig ist, nach dem Baden die Haut gut trocken machen, aber nicht mit Rubbeln, sondern mit vorsichtigen Tupfen und danach immer und richtig gut eincremen. Ernährung, ein Thema mit wohl mit den meisten Mythen. Wichtig ist, wie schon in meinem ersten Neurodermitis-Video erklärt, zwei Drittel aller Neurodermitis-Kinder haben keine Nahrungsmittelallergie. Natürlich möchten wir immer irgendwelche Ursachen oder Auslöser finden und dann verbinden wir ganz häufig das Essen mit der Verschlechterung der Haut. Das Ding ist, dein Kind isst ja täglich und die Haut verändert sich auch täglich. Und das steht in ganz vielen Fällen trotzdem in keinem Zusammenhang. Wenn dein Kind jetzt zum Beispiel nach dem Verzehr von Ei mit Quaddeln am ganzen Körper und Erbrechen reagiert, ganz klar, das ist eine allergische Reaktion, die dringend ausführlicher und guter Diagnostik und vor allem Therapie und einer Auslassdiät bedarf. Das meiste andere, was nicht so eindeutig ist, ist aber in den meisten Fällen keine Allergie. Deshalb auch hier führe gut Protokoll, bespricht das ausführlich mit eurer Ärztin, eurem Arzt, vielleicht sogar einem Allergologen. Dann kann man ganz in Ruhe schauen, braucht man hier Allergiediagnostik oder kann man allein schon durch das Protokoll, durchs Erzählen ausschließen, dass es eine Allergie ist und kann dann entscheiden, soll ein Lebensmittel weggelassen werden. Einfach so verschiedene Lebensmittel wegzulassen, macht keinen Sinn und kann zu einer stark eingeschränkten Lebensqualität führen und teilweise sogar gefährlich werden. Und auch hier nochmal, nicht jedes Kind braucht einen Allergietest und Allergietest ist nicht gleich Allergietest. Es gibt verschiedene. Manche, die angeboten werden, machen überhaupt keinen Sinn. Und ein positives Ergebnis heißt erstmal nur, dein Kind ist für etwas sensibilisiert. Das bedeutet nicht gleich Allergie und das Lebensmittel muss weggelassen werden. All das wissen aber Kinderärzte, Kinderärztinnen und vor allem Allergologen ganz genau. Und wenn du dich mit diesem, mit deinem Protokoll in Ruhe hinsetzt, werdet ihr definitiv eine gute Lösung finden. Es gibt nicht die Ernährung bei Neurodermitis, es gibt nur die gesunde Ernährung für dein Kind. Und das ist einfach viel Obst, viel Gemüse, viel Omega-3, also zum Beispiel in Form von Fisch, viel Probiotika. Damit meine ich Lebensmittel, also zum Beispiel Joghurt oder Sauerkraut, Kimchi, keine Tabletten bitte. Und natürlich gerne zuckerarm. Aber hier, es gibt keine Hinweise darauf, dass Zucker Neurodermitis-Schübe auslöst. Zucker ist für jeden Menschen ungesund und daher gilt für dein Kind, egal ob Neurodermitis oder nicht, möglichst wenig Zucker ist immer gut. Wenn du dieses Kratzen nicht wärst, das Kratzen macht mich verrückt. Das geht bestimmt dir als Elternteil so, aber das geht vor allem deinem Kind so. Dieses Jucken, dieses Kratzen ist mit das, was einfach den höchsten Leidensdruck macht. Zum einen gibt es ein Juck- oder auch Kratzgedächtnis. Also jedes Mal, wenn man sich kratzt, merkt das Gehirn sich das und es ist wie ein Training. Mehr Kratzen, mehr Juckreiz, mehr Kratzen, mehr Juckreiz und dann kommt das irgendwann zu einem Teufelskreis. Zum anderen natürlich verletzt man die Haut mit dem Kratzen und sie kann sich noch mehr entzünden und dann noch mehr jucken. Also, was machen wir jetzt gegen diesen Juckreiz? Zum einen ist Cremen auch hier wichtig. Was man eincremt, juckt meist weniger. Man ist abgelenkt und es kühlt und es schützt einfach gut die Haut. Das heißt, cremen, cremen, cremen. Dann gibt es zum Beispiel so Fett-Feucht-Umschläge. Also man gibt zum Beispiel den Arm ein bisschen was von der Pflegecreme. Darüber zieht man einen angefeuchteten Schlauchverband, der das Ganze mit seiner Feuchtigkeit gut kühlt. Die Creme darunter kann gut einwirken. Und dann einfach zum Schutz des Ganzen kommt am besten noch ein trockener Schlauchverband oder Allgemeinverband darüber. Das kann man mal so für 10 Minuten machen und das kühlt gut. Die Creme kann richtig gut einziehen und dann ist einfach der Juckreiz viel weniger. Achtung, das Ganze nicht mit Cortison machen. Dann kann es einfach zu sehr von der Haut aufgenommen werden. Und das sollte man auch jetzt nicht ständig und jeden Tag machen. Irgendwann mag die Haut das auch nicht mehr. Dann wirkt auch Berührung gut. Und zwar kein Kratzen, sondern alles andere. Also sei es so ein Igelball, sei es massieren, sei es drücken, sei es leichtes Klopfen. Da könnt ihr wirklich erfinderisch und vor allem spielerisch an die Sache gehen. Auch ablenken ist natürlich wichtig. Also zum Beispiel vielleicht etwas zu essen geben oder etwas zu spielen geben. Vor allem bei kleineren Kindern ganz gut. Dann die Fingernägel immer richtig, richtig kurz halten, damit dein Kind sich die Haut erst gar nicht groß verletzen kann. Außerdem hilft, haben wir eben schon beim Fett-Feucht-Umschlag gesagt, kühlen. Das heißt zum Beispiel, du kannst die Creme, die ihr verwendet, in den Kühlschrank stellen. Manche Kinder mögen das ganz gerne, wenn die etwas kühl ist oder auch ein Löffel aus dem Kühlschrank. Irgendetwas, das angenehm kühl ist und diesen Juckreiz lindert. Achtung, bitte nichts, was aus dem Gefrierfach kommt, verwenden. Das kann die Haut sogar schädigen. Für größere Kinder sind super gut Entspannungstechniken. Also wirklich so Traumreisen, Bodyscan, Meditationen oder ähnliches. Weil wenn man natürlich innerlich angespannt ist oder auch gestresst ist, dann wird der Juckreiz noch viel, viel mehr. Und es ist super schwer, aber versuch deinem Kind nicht zu sagen, dass es sich nicht kratzen soll. Es macht das nicht, um dich zu ärgern und auch nicht, weil es ihm Spaß macht, sondern einfach, weil es nicht anders kann. Und wenn es ständig hört, kratz dich nicht, hat es diese Schuldgefühle, dass es irgendwas falsch macht. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht auslösen wollen. Viel wichtiger ist es, dann auch wirklich positives Verhalten zu bestärken. Also, hey Mensch, du hast dich heute richtig toll eingecremt oder das hast du super gemacht. Das hilft deinem Kind sehr gut. Was immer ergänzende, sehr gute Bausteine sind definitiv eine Neurodermitis-Schulung. Da würde ich immer eure Ärztin drauf ansprechen. Dann eine Reha. Also zum Beispiel am Meer oder in den Bergen. Anderes Klima kann der Haut gut tun. Und Selbsthilfegruppen sind oft unglaublich gut, um sich nochmal Tipps zu holen oder vor allem Unterstützung. Wenn du oder dein Kind durch die Neurodermitis wirklich psychisch belastet seid, dann ist auch unbedingt psychologische Hilfe oder eine Psychotherapie ganz wichtig. Da würde ich mich nicht scheuen, um Hilfe zu fragen. Zitrizin ist ein Antihistaminikum, das heißt ein Anti-Allergie-Medikament und unerlässlich bei zum Beispiel Nahrungsmittelallergien. Allerdings gegen den Juckreiz, der durch die Neurodermitis selbst verursacht wird, hilft es meistens nicht. Also darauf würde ich wirklich nur in Ausnahmefällen zurückgreifen. Auch Nahrungsergänzungsmittel, Zinkpräparate, Probiotika etc., was man alles Schönes in der Apotheke kaufen kann, all das hat keinen Sinn und Zweck, wenn es nicht gezielt geben wird, bei zum Beispiel einem diagnostizierten Mangel. Ansonsten macht es das Ganze nicht besser. Auch Homöopathika helfen nicht bei Neurodermitis. Homöopathika enthalten kein oder nur unfassbar wenig an Wirkstoff und haben bis heute keine über den Placebo-Effekt hinausgehende Wirkung in Studien gezeigt. Es ist so gut zu verstehen, dass man, wenn man selbst Leidensdruck hat, vor allem wenn das Kind Leidensdruck hat, man alles Mögliche probiert. Hauptsache, irgendwas hilft. Aber das Ganze kann teuer sein, das Ganze kann sehr zeitaufwendig sein, sehr frustrierend sein, häufig dann doch wirkungslos und in manchen Fällen sogar gefährlich. Und am Ende kann es auch dein Kind verwirren. Naja, was hilft mir denn jetzt eigentlich, um gesund zu werden? Das heißt, auch hier gilt, häufig ist weniger mehr. Mein Fazit. Ich finde, dass Neurodermitis als solche auch ausgesprochen werden soll, benannt werden soll, wenn ein Kind diese hat, damit man einfach sich optimal darum kümmern kann. Letztendlich ist für mich eine Mischung aus Kompetenz und Konsequenz die beste. Das heißt, Kompetenz, dass du wirklich weißt, wie wird die Neurodermitis ausgelöst, was ist das eigentlich für eine Krankheit, was mache ich dagegen am besten? Also wirklich wissen, dass du weißt, was dahinter steckt und dann Konsequenz, also ein bisschen natürlich ausprobieren, was hilft meinem Kind am besten, aber am Ende des Tages bei einer Sache auch mal ab und zu bleiben und die einfach konsequent durchzuziehen. Denn häufig ist die Creme, die man wirklich konsequent täglich und oft anwendet, die beste, egal welche Marke. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was hilft euch am besten? Schreibt es mir gerne hier unten in die Kommentare, darüber freue ich mich immer sehr. Ansonsten erstmal alles Gute euch und bis zum nächsten Mal, eure Nele.